Das ist mein Problem, sehr arbeitend. Für Arbeiter sind immer so viel so kultverlochen da gehabt. Bei dem 60., bei dem 55., bei dem 80. Und bei denen habe ich gebraucht, bei denen machte ich die Tür. Ich wäre so, ich hätte es auch nicht. Ich hätte es nicht. Ich hätte es nicht. Ich hätte es nicht. Ich hätte es nicht. Das hat mein Mann gesagt. Das ist in Ordnung. Das ist natürlich ein Typ. Es gibt doch einfach nicht. Ich muss es nicht. Ich muss es nicht. Ich muss es nicht. Ich habe es nicht. Ich hätte es ja schon können. Ich hätte es nicht. Ich wollte einfach die Länge fahren. Ich wollte einfach den Ländl. Das ist normal. Das hat der Weg gemacht. Sie hat es nicht. Es ist ja eine Schau. Nein, ich mache nicht wirklich ein... Kannst du nicht glauben, ja. Es ist ein Verwirrung. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist ja lustig. Es ist bis zu dem Glück, dass die Koffe hier ist. Ja, vom Mittagessen. Ja, das ist super, dass die Koffe hier ist, wenn die so gut so betoniert, ist es bis zu dem Glück. Nächster halbauf verlangen, Arne schlugfest. Arnebootsfest. Stopp und Request. Ja. Kann ich einen Armut heran da hinkieren? Ja, dann hätte ich die Nr. Naja. Jetzt haben die noch eine Beziehung zu können. Okay. Jetzt sind wir mal auf die Beziehung. Ja, was sie seh ich. Ja, was sie seh ich. Und das ist das Bad, das ist voll frech. Die Brücke, die Badi haben sie zugenommen. Die Brücke, die Badi haben sie zugenommen. Hast du das schon gesehen? Ja, dann war sie wieder offen. Jetzt ist sie zugenommen für die Ausgänger, die auf einer Ruhi-Bike fahren. Oh, okay. Ich habe die Gäste mit der Töchleinrichtung. Die Badi ist auch der Trommel. Jetzt muss ich keine Reminierde lüten. Hallo, das ist alles los, das ist gut. Wie die M-A-A-M-N. Wir haben vorhin gekriegt, die Badi bekommen sie. Hier ist der Wagen. Hier ist der Wagen. Hier in der Küche reinkommen ist das Défriere. Und offen, wenn du sie sehen möchtest. In der Küche reinkommen ist das Défriere. Die Flie haben eine Fliege. khi die Fliege in den Fliege ein Kanonienrichtern. Heute wird eine Fliege erreicht. Wenn ich die Fliege in die Fliege in die Fliege trage, dann ist das ein bisschen只γοst nicht. In der Fliege, die Fliege in den Fliege in die Fliege, und der Fliege in die Fliege sind. Hier ist der Fliege in die Fliege. Wo sieht es aus? Wie die Fliege mit Fliege in den Fliege zu betrachten? Es gibt einen Mentala Was ist das? Ah! Ja, das ist schön! Jetzt habe ich schon ein bisschen. Und alles hat er gut. Weisst du, es kann ja eigentlich nicht, dass es ja männlich ist. Ah mal, cool, ne? Ja. Aber du siehst nur den Tunnel, keine Schuppen. Du siehst auch, wie es geht. Das ist ein bisschen interessant, ich finde. Ah ja. Die Katastrenkopf stehe ja vor der Katastrenkopf. Am liebsten würde er vorne wohnen. Eben, gell? Dann musst du das lernen und dann kannst du immer vorne sitzen. Ja genau. Ja, das ist ja ein bisschen. Das ist ja schon geil. Ja, wenn du die Katastrenkopf sicher einholen kannst. Das ist ja da drin, ich denke da. Ja, das ist ja auch der Knie. Ja, ja, wir dürfen auch hier.